Die 143 mit den Christian, die 144 der Alexander und die 146 der Startklasse E2. 4, 3, 2, 1 und wir beginnen die erste Startreihe zu starten. Vielen Glück, habt Freunde, einen guten Tag den Teilnehmern. Noch 30 Sekunden bis zum Start und Start für die 2. Startreihe. 5, 2, 3, 1 und wir beginnen die erste Startreihe. 6, 3, 2, 1 und wir beginnen die erste Startreihe. 10 Sekunden bis zum Start. Mit der 121, der Jan mit der 122 und der Lucien mit der 124. Vielen Dank! Das ist gut. Spannungsgeladene Abwechslung Das war's. Sollte Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020